Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin, Ethereum beide weiterhin unverändert. Heute ist fast überall Feiertag, trotzdem gibt es ein paar News, die heute auf jeden Fall rauskommen, auf die wir auf jeden Fall drauf achten sollten. Außerdem gehen wir möglicherweise long, gehen wir short, was ist eher wahrscheinlich 25k oder 30.000 US-Dollar. Das werden wir uns im heutigen Video anschauen. Vielen, vielen Dank nochmal gestern für den coolen Livestream, hat wieder richtig Bock gemacht. Die Highlights werde ich dann im Laufe des Tages, beziehungsweise morgen noch auf dem Zweitkanal hochladen, also schaut da auch gerne vorbei. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates oder Sonstiges oder Signale, kommt da gerne rein. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Momentan traden wir bei ungefähr 27.900 US-Dollar, so wie die letzten Tage im Endeffekt auch. Man sieht es hier, wir sind immer noch in diesem Triangle, beziehungsweise hier in dieser übergeordneten Seitwärtsphase. Auf dem Daily-Timeframe, der Uptrend wurde auf dem Daily jetzt seitwärts verlassen. Wir überprüfen es nochmal auf dem 4-Stunden-Timeframe und auch hier sehen wir, das haben wir gestern im Livestream schon mal angesprochen, dass wir hier diesen Uptrend verlassen haben, kurz drunter geschlossen haben mit zwei 4-Stunden-Candles und jetzt weiterhin seitwärts laufen. Ist kein richtiges Breakout, weshalb hier auch kein wirklicher Short in Frage kommt. Die Gesamtstruktur, wenn wir uns das einfach mal angucken hier und diese Linie einfach mal wegmachen, ist weiterhin seitwärts gerichtet. Mit höheren Hochs, kann man dazu sagen, die hier teilweise mit einem Wick gebildet wurden und höheren Tiefs. Grundsätzlich seitwärts, somit ist es einfach weiterhin eine 50-50-Angelegenheit. Ob wir zuerst die 30k sehen oder zuerst Richtung 25.000 US-Dollar gehen. Von der News-Seite her kommt heute aber einiges noch auf uns zu und zwar einerseits die durchschnittlichen Stundenlöhne, die natürlich auch angeben, wenn, sag ich mal, die Stundenlöhne exorbitant steigen, ist es wiederum schlecht für die FED, weil die Leute dann wieder mehr Geld haben zum Geld ausgeben. Ich weiß, klingt komisch, aber ist so. Dann Stellenwachstum, Regierung, nicht so wichtig, aber die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Prognose, klicken wir mal ganz kurz an und schauen uns das auch mal an, liegt bei 205k, also 205.000 Beschäftigte. Aktuell oder letzten Monat waren es 311.000. Also hier sollte dann wirklich ein Dämpfer reinkommen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass vor allem Stellenabbau exorbitant zugenommen hat. Also da kann sein, dass heute ein richtiger Dämpfer auf uns zukommt, was natürlich dann auch die Märkte im Endeffekt beflügeln könnte. Und was auch noch kommt, die US-Arbeitslosenquote. Auch sehr, sehr interessant heute. Vorherig waren 6, ne Arbeitslosenrate wollte ich nicht, ich wollte die Arbeitslosenquote. Hier, Arbeitslosenquote, Prognose 3,4%. Also man geht hier von einem Rückgang aus, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Einfach aufgrund dessen, weil eben die Arbeitslosen-Hill-Anträge und sowas auch deutlich gestiegen sind. Aber wie gesagt, das werden wir uns alles heute um 14.30 Uhr anschauen. Da wird es nochmal sehr, sehr spannend werden vom Chart. Und ich denke, bis dahin wird auch meines Erachtens nach sehr, sehr wenig passieren. Ob wir es nach oben oder nach unten ausbringen, werden wir vielleicht dann später deutlich früher sehen. Ich bin immer noch so ein bisschen davon, also eher so mein Primärszenario. Wir sehen dieses Fake-Out Richtung 30K. Vielleicht genau dann, wenn eben diese Zahlen kommen. Fake-Out, alle hier mit ihren ganzen Shorts, die hier oben eröffnet wurden, nochmal racked. Und dann eben die 25K. Die 25K ist für mich ein übergeordnetes Primärszenario. Ich würde hier gerne runter, um den Support zu testen, um, sage ich mal hier, gegebenenfalls mit einer Long-Position aufzumachen. Aber momentan würde ich hier einfach komplett abraten, in irgendwelche Positionen reinzugehen. Es macht keinen Sinn, vor allem nicht vor den wichtigen Zahlen, die heute eben kommen. Kann ich nicht empfehlen, euch hier in irgendwelche Long- oder Short-Positionen reinzukicken. Es macht einfach meines Erachtens nach viel zu wenig Sinn. Und das Risiko, dass man liquidiert wird, liegt bei 50%. Also kann es Long- oder Short gehen, es ist völlig Wurst. Das Einzige, was noch ist, wir haben jetzt hier noch diesen Wig zu füllen. Das kann sein, dass wir das auch eventuell dann später machen zu den Zahlen. Also das sind so momentan einfach die zwei Szenarien. Dass wir während der Phase einfach nochmal einen Abverkauf kriegen, den Wig füllen, beziehungsweise hier unten in diese Demand-Zone kommen. Bis 27K, bis 26,6. Das ist einfach hier das Ende der Range. Hier nochmal runter und dann gegebenenfalls den Impuls nach oben. Aber da müssen wir, wie gesagt, schauen. Die 30K ist einfach so diese magische Grenze. Die würde ich zwar gerne sehen. Ob wir die sehen, entscheiden später die Zahlen. Aber ich würde auch, wie gesagt, niemandem raten, jetzt irgendwie in irgendwelche Positionen zu gehen. Auch nicht während der Zahlen. Weil wir kennen es von den letzten Monaten immer wieder. Sehr, sehr starke Volatilität in diesen Minuten. Und man muss dazu sagen, überall fast auf der Welt ist heute Feiertag. Das heißt, deutlich weniger Liquidität ist vorhanden. Und kann die Märkte deutlich leichter bewegen. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier fangen wir mit dem 4-Stunden-Timeframe an. Wir haben hier gestern im Livestream schon mal ein bisschen vorgearbeitet, muss man ganz ehrlich so sagen. Und zwar das FIP-Level haben wir gezogen von unserem Top zu unserem Low. Was wir jetzt hier die letzten Stunden gebildet haben. Wir gehen mal hier in den 1-Stunden-Timeframe. Da sieht man das besser. Da habe ich auch gestern dazu gesagt, okay, eine Short-Möglichkeit wäre, einfach aufgrund der ganzen Dynamik, die wir hier im Ethereum-Chart haben, die mir ein bisschen besser gefällt als bei Bitcoin, dass wir hier oben gegebenenfalls das Golden Pocket bei 1910 US-Dollar rum Shorten mit einem Stop-Loss über 0,786er. Vom Risk her, muss man auch fairerweise sagen, ist es nur 1%. Also es ist nicht wirklich viel. Und dann, sage ich mal, der Weg ist hier unten die Zone von 1.820. Einfach um nochmal diese ehemalige Range, in der wir uns auch ewig lange, also von hier 17. März, also knapp drei Wochen, haben wir uns ja in dieser Range bewegt oder sogar länger, wenn wir hier den Anfang nehmen, kaum Bewegung gehabt. Und wenn wir die hier einfach unten nochmal testen, zwischen 1.810 und 1.820, wäre das gegebenenfalls die nächste Long-Position, die uns dann gegebenenfalls auch hier bis knapp 2.000 US-Dollar bringen könnte. Einfach aufgrund des FIPS, was wir hier oben eben haben, mit dem 1.618 dann nach jetzigem Stand. Aber auch hier, wie gesagt, wird es dann Updates in der Telegram-Gruppe geben. Momentan würde ich hier auch erst einmal Abstand halten. Es ist keine klare Struktur erkennbar. Volumen geht immer weiter raus. Das gleiche Spiel wie bei Bitcoin und jetzt eben die Feiertage, die natürlich in Deutschland auch bis Montag gehen. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist. Werden wir uns morgen dann einen Wochenausblick nochmal angucken. Aber es ist einfach zu wenig Volumen und einfach zu riskant, hier irgendwie in irgendwelche Trades reinzugehen. So, dann gehen wir mal auf Twitter. Hier bei mir ist noch das Logo drin, aber anscheinend, wenn ich es jetzt aktualisiere, ist es wieder weg. Das hat natürlich auch Dogecoin ordentlich wieder federn lassen. Aber ganz ehrlich, es war doch klar. Für mich war das wieder reine Marktmanipulation und der Kurs setzt sich auch jetzt in die Richtung hier runter. Ziel, was wir auch gestern im Livestream besprochen haben, ist ganz klar erstmal hier die knapp 0,8 US-Dollar Cent. Das wäre so der erste Betrag hier unten und dann gegebenenfalls auch mit einer potenziellen Long-Position versehen. Stop-Loss muss dann aber hier unter dieses letzte Tief. Hier liegt die meiste Liquidität und ein paar Demand-Zonen. Ein Stunden, vier Stunden und sowas. Also befasst euch einfach nicht zu viel mit Dogecoin. Es war klar, dass hier wieder Manipulation stattfindet und man sieht es auch am Kurs. Solche Wigs, und das habe ich gleich am Anfang schon wieder gesagt, werden früher oder später einfach gefischt. Und wir haben jetzt schon wieder, ich sage jetzt mal 60, 70, 80 Prozent dieser Gesamtbewegung schon wieder einfach abgegeben. Nur dazu wollte ich jetzt auch nochmal was sagen. Gut, dann gehen wir rüber zu den News, die ich erstmal aktualisieren muss. Das war gestern, glaube ich, das ging überall rum. In jedem Mac ist ein Bitcoin-White-Paper versteckt. Wurde aber dann, glaube ich, irgendwie als Easter Egg und, keine Ahnung, behauptet. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich, ich habe das noch nicht ausprobiert. Bei meinem MacBook muss ich später einfach mal ausprobieren. Aber ich glaube, das ist irgendwie, wenn man den Code eingibt und so. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Keine Ahnung, ich finde es lustig. Finde ich eine coole Idee, wenn das wirklich da implementiert wäre. Glaube ich aber irgendwie immer noch nicht. Aber gut, was will man machen? Es ist Ostern, auch hier ein kleines Osteregg. So, dann würde ich sagen, hören wir uns später noch zum XRP-Update-Video. Und es kommt später noch ein Video zu Love, Hate, Eno. Sag keinem was. Wer in der Telegram-Gruppe ist, weiß es. Wir haben in der letzten Woche schon mal ein bisschen diskutiert. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mir das Projekt mal ein bisschen an. Deswegen werden wir das später machen. Kommt dann heute Nachmittag auf den Kanal. So, ich glaube, 15 Uhr habe ich es geplant. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch schon mal, wenn man das so sagen kann, heute schon mal schöne Ostern, schönen Feiertag. Kommt entspannt rum. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe abchecken. Und dann würde ich sagen, hören wir uns später zu XRP und Love, Hate, Eno. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.